Am Montagnachmittag wird bekannt, dass David Alaba beim kommenden Testspiel gegen Uruguay ausfallen wird. Der Grund? Der Star-Kicker zieht sich beim Spiel gegen Borussia Dortmund eine Muskelverletzung im linken Oberschenkel zu. Franco Foda, der frischgebackene Teamchef, muss am 14. November also ohne Alaba auskommen. Rapid-Kapitän Stefan Schwab wird stattdessen beim Teamcamp in Marbella teilnehmen. Für Teamchef Franco Foda könnte es nicht die einzige Absage bleiben. Andreas Ulmer ist ebenso lidiert, er hat sich am Sprunggelenk verletzt. Noch am Montagabend soll sich entscheiden, ob er das ÖFB-Team unterstützen wird.